Es gab einen echten Härtetest für die Werks-Elf. Leverkusen-Sportdirektor Rudi Völler sah, dass die Norditaliener in den blauen Trikots ganz ordentlich reinfanden in dieses Testspiel. Das lag insbesondere an ihm, an Antonio Di Natale, am Kapitän von Udinese. Der Eckball an den Pfosten. Erste kleine, knifflige Situation für Bernd Leno. Im Kasten der Werks-Elf. Es sollte noch kniffliger werden. Wieder die Natale, wieder der Aluminium-Test. 24. Minute, diesmal nicht nach einem Eckball, sondern nach einem Freistoß von der Strafraumgrenze. Die Natale mit Abstand der gefährlichste bei den Italienern. Ansonsten hatte Leverkusen das Ganze hier gut im Griff. Und so war sie dann auch nicht gänzlich unverdient. Die Führung in Minute 27. Simon Rolfes, der Torschütze, der Kapitän trifft nach der langen Ecke von Sydney. Der Tor von Udinese macht keine gute Figur. Und dann ist Rolfes zur Stelle. Kurz darauf dann auch mal was Schönes aus dem Spiel heraus. Sydney Sam eben mit dem Eckball. Jetzt das Zuspiel auf Hegelar. Und dann Kiesling zum ersten und zum zweiten. Die 2 zu 0 Führung für Bayer Leverkusen in der 36. Minute. Der Top-Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison trifft. So was für ihn kein Problem. Ein bisschen Glück dabei, weil der Abpraller genau wieder vor seinen Füßen landet. Aber insgesamt macht er das dann ganz souverän. Der Tor von Udinese würde jetzt mehr aufs Tempo drücken. Der sah sich getäuscht. Leverkusen hatte alles weiter unter Kontrolle. Richtig gut sogar unter Kontrolle. Und erhöhte auf 3 zu 0. Und zwar durch den eingewechselten Heun. Der Tor von Udinese Kallschuh. Für knapp 10 Millionen Euro vom Hamburger SV gekommen. Er soll Andres Schürrle ersetzen. Er hat zuletzt im Testspiel gegen 1860 München getroffen. Und auch hier trifft er jetzt gegen Udinese Kallschuh. Fügte sich, nachdem er zur Halbzeit eingewechselt worden war, gleich richtig gut ein. Und hatte auch kurz darauf noch eine richtig gute Möglichkeit. 72. Minute. Kiesling auf Sem. Das hätte er eigentlich sein müssen, der Doppelpack. Aber ein italienisches Abwehrbein. Und dann noch dazwischen. Die Fans von Udinese. Die feierten, obwohl es eigentlich nichts zu feiern gab. Wieder Leverkusen. Diesmal mal wieder nach einer Standardsituation. Ecke Castro. Und dann Bönisch mit dem Kopf an die Querlatte. Wir springen in die 87. Minute. Und dann gab sie doch noch mal die Möglichkeit für die Italiener. Andrea Lazzari mit der Prüfung für Bernd Leno. Aber das Ganze dann kein Problem für Leverkusens. Nummer eins. Unterm Strich auch das Ganze kein Problem für Bayer. Ein völlig verdienter 3 zu 0 Sieg bei diesem Härtetest gegen Udinese. Kaltshow. Das Ganze.